Wir waren ja stehen geblieben bei unserem Fitnessstudio, das Video jetzt hier mit der Tour, ich weiß, es kommt ein bisschen spät, ist eine Weile schon her, dass wir darüber was gemacht haben, über unser Fitnessstudio, wann es gebaut wurde, ich weiß, ich weiß. Wir haben soweit Weihnachtszeit, ich bin im Stress und hiermit ist es auch eigentlich das letzte Simpsons Video für 2019. Was in 2020 weitergeht, diesen Channel, erfährst du in diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaut habt zur nächsten Simpsons-Folge. Wir wollen ja unser Fitnessstudio mal so langsam die Tour beginnen, damit wir auch mal wissen, wie das drin aussieht. Ich weiß, ich weiß, es ist ja schon eine Weile her, dass wir das Fitnessstudio gebaut haben, aber es ist ja jetzt eingerichtet. Das Fitnessstudio ist aber nicht die einzige Sache, die ich heute in diesem Video ansprechen will. Und zwar ist ja hier mit dem Fitnessstudio das letzte Simpsons Video für 2019. Mit 2020 geht dann was ganz anderes weiter. Ja, Simpsons gibt es immer noch, aber im anderen Stil, denn ich werde mich jetzt anders einrichten. Jetzt, denn, ich sitze, sage ich mal, heute sitze ich noch schön gemütlich auf der Gouch. Nee, ich sitze hier vor meinem Mikrofonständer und quatsche mit euch. Und ab neun Jahren sitze ich in meinem Gaming-Bereich. Schön mit dem Rechner, schön mit zwei Bildschirmen. Oh, wird herrlich. Leider kann ich das noch heute nicht machen. Ich habe bis jetzt nur meinen Rechner zu Hause. Meine Bildschirme und so sind bestellt. Die sollten nächste Woche kommen. Verzögert sich ja alles jetzt hier mit Weihnachten, mit den Lieferungszeiten und so. Und daher alles erst im Neujahr. Dann geht es auch los, dass ich mit Facecam und alles streame und mache. Ja, streamen tue ich auch. Zeiten und wie der Twitch-Channel heißt, erfahrt ihr dann alles zum neuen Jahr. Da gibt es ein extra Video, wie ich euch da alles präsentiere. Hier schön aufgebaut und so. Bin dann auch stolz drauf, was ich mir dann hier so langsam aufgebaut habe. Denn so auf der Couch sitzen, das ist nicht schön. Ja, aber damit ist dann ja auch hier das letzte Simpsons Video für dieses Jahr. Dann werde ich mich erst mal mit anderen Sachen beschäftigen. Und dann im neuen Jahr mache ich mir erst wieder einen Kopf, was wir in Minecraft bauen können. Dafür habe ich jetzt einfach im Dezember nicht so den Kopf dafür. Ne, dann muss man auch ein bisschen mal mich berücksichtigen. So, aber wir wollen jetzt mal reingehen in unser Fitnessstudio und uns das mal angucken. Wir machen natürlich so ein bisschen den Vergleich zur Folge des Simpsons. Ähm, was da so ein bisschen gezeigt wurde. Homer ging ja ins Fitnessstudio. Man sah ja auch in der Folge, er hat abgenommen. Er hat richtig Muggis gekriegt, ne. Also das bringt ja schon ein bisschen was, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir sehen hier ein paar ganz viele Gerätschaften und so, wie in der Folge halt auch zu sehen war. Ne, wir haben hier halt auch ein paar, ähm, Standfahrräder, ne. Da kannst du dich raufsetzen und dann ein bisschen trampeln. Wir haben Laufbänder, ne, wo du auch dich, sag ich mal, hier so raufstellen kannst. Und deinen, äh, 10km-Sprint machen kannst, wie du möchtest. Wir haben hier auch solche anderen Gewichte. Da hat Homer sich auch, äh, sag ich mal, äh, hingelegt und dann so Gewichte hochgehoben. Ich hab versucht, das Ganze mal in Minecraft so ein bisschen darzustellen. Ist nicht so ganz einfach, so ein Gerät, sag ich mal, hier zu präsentieren. Aber ich denk mal, ich hab's doch ganz gut geschafft, das hier so ein bisschen halt, ähm, ja, wie sagt man das immer, äh, gut darzustellen, ne. Ja, andernfalls kann man natürlich wie in der Muggibode auch natürlich ein paar Gewichte heben, ne. Die sind hier an der Wand angebracht, ne, kannst du dir da ein paar nehmen und dann, äh, 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 ne, stemmst du die, ne. Andernfalls, wir haben ja auch hier extra noch so ein, äh, Liegestuhl, ne, wo auch nochmal Gewichte dran sind. Also ich denk mal, wer das schafft, der, äh, ja, ist, äh, gut dabei. Natürlich, wie es sich so in ein Fitnessstudio gehört, haben wir auch Umkleidekabinen. Einmal für die Männer wie für die Frauen. Also, äh, ne, ist ein Fitnessstudio für alle Geschlechter. So, von daher gehen wir mal rein hier bei den Männern und gucken mal. So, ne, hier, wie man's kennt, äh, Fitnessstudio, ne, hier Umkleidekabine, ne. Jeder hat hier seinen Schrank, kann da seine Sachen reinpacken. Es gibt sogar einen Spiegel in der Umkleidekabine, ne, ähm, natürlich in Minecraft haben wir leider den Bug. Wir sehen unser Spiegelbild nicht, ne, ist halt so, aber wir haben ein Spiegel drin. So, dann wollen wir natürlich noch einmal bei den Frauen gucken, na, Luschan, ähm, erstmal anklopfen. Na, jemand drin? Nein? Okay, dann können wir da reingehen. Ja, nochmal hier bei den Frauen, die haben natürlich auch einen Spiegel. Sollte drin sein bei den Frauen, ne. Gut, ähm, ja, Umkleidekabinen. Wollte man, glaube ich, nicht so viel sagen. In der Folge sah man eigentlich auch gut die Deckenbeleuchtung. Das waren halt Lampen, die so ein bisschen runter, äh, gehangen haben. In Minecraft habe ich mir so überlegt, ja, das wäre doch super, wir haben ja richtige Lampen, ob man die machen könnte. Leider sind wir noch nicht in der Minecraft-Version, dass wir Laternen an Eisen geht an uns befestigen können. Ich habe das hier einfach mal mit einem unsichtbaren Block hier erstmal so ein bisschen dargestellt. Falls du natürlich die Version schon haben solltest, ne, falls du dir das Fitnessstudio auch einrichten möchtest, kannst du ja mal probieren, Lampen denn da ran zu hängen. Das sieht bestimmt besser aus, als wenn man sich hier nur solche Eisen-Falltöne nimmt. Die leuchten natürlich auch nicht, von daher sieht das dann doof aus. Ich habe dann auch so gedacht, ja, wie kann man das zum Leuchten bringen? Nimmt man auch so einen Endstab, ne, und dann kannst du da dann auch dir das so ein bisschen basteln. Aber mir gefällt so ein bisschen die Optik nicht von Endstab. Aber es ist halt so eine Option offen, die man halt machen kann, damit es halt leuchtet. Lieber gefallen tut man natürlich mit den Laternen. Andernfalls nimmt man sich halt einfach noch so ein paar Eisenplatten. Leuchtet natürlich nicht, da muss man so ein bisschen am Boden ein bisschen nachhelfen mit der Beleuchtung. Wie kann man das machen? Zum einen, man kann ja sich Lichtquellen immer unter Treppen setzen. Das habe ich hier einmal auch gemacht, wie unter meinen Treppen, wie unter meinen Stufen, habe ich mir Lichtquellen gesetzt, damit halt der Raum hier auch beleuchtet ist. Immer so ein kleiner Tipp für euch Bauleute, dass ihr euch immer gut die Lichtquellen verstecken könnt. Andernfalls auch hier hinten habe ich ja bei meinen Gewichten ja auch ein paar Teppiche. Da habe ich auch irgendwo, lass mich mal gucken, habe ich denn das gemacht? Ne, da auch nicht hier. Ne, habe ich mir auch so ein paar Lichtquellen halt noch untergesetzt, genauso wie hier. Oder, ne, doch nicht. Hä, habe ich mir hier keine Lichtquellen untergesetzt? Ich bin mir ja einer. Hm, hätte ich aber auch machen können. Naja, ja, andernfalls gibt es ja hier auch noch einen Empfangsbereich. Mitgliedschaft, monatlich kostet das hier 60 Dollar. Ne, ich gehe mal, ich habe mich so ein bisschen an Preise orientiert, wie halt in echt auch ein Fitnessstudio. Das heißt ja auch eigentlich bei einem gutes Fitnessstudio so um die 60 Euro monatlich. Ne, von daher gehe ich mal raus, bei den Zinsen ist es genauso. Ja, ansonsten kann man sich natürlich hier auch, wenn man der Besitzer ist vom Fitnessstudio, einfach mal hinter der Kasse hinstellen. Ne, ne, hier die neue Mitglieder aufnehmen. Oder wenn einer auch ein Getränk will, gibt dir ein Fitnessstudio, dann kannst du dir so einen Softdrink hier, so einen Milchshake-Drink, ne, so holen, ne, so mit schönen Eiweiß-Proteinen und sowas. Und jetzt hier die Leute servieren. Hier bei mir redet die außen Fass, wird das noch gezapft, ne. Also wir sind ja hier ein edler Schuppen. Ja, ansonsten, das ist hier natürlich dann auch der Empfangsbereich, oder wenn man reinkommt, ne, hier in unser Fitnessstudio und fertig ist das Ganze. Ne, so sieht das halt aus. Bei den Zinsen war es jetzt auch nicht so groß. Gut, es gab auch ein paar Fenster innen drin. Aber wenn da auch, ich sage ich mal, Homer und die anderen im Fitnessstudio aus dem Fenster geguckt haben, sahen sie gleich den Berg von Springfield. Das ist jetzt nicht natürlich hier unser Springfield-Berg, das war noch ein ganz anderer Berg. Von daher, ob da jetzt wirklich Fenster so drin waren, kann man jetzt nicht bestätigen. Andernfalls kann man sich natürlich unten mal Fenster hinbauen, wenn man möchte. Da ist bleibt alles offen. Wie gesagt, Zinsen haben halt nichts vorgegeben, wenn wir draußen mal gucken würden, wie das, sage ich mal, auf den Seiten aussieht. Da bin ich ja ein bisschen so von der Spiele-App mal ausgegangen, ne, von außen, wie das da so ein bisschen wirkt. In der Folge sah man das halt nicht, weil das Gebäude, sage ich mal, von zwei anderen Gebäuden noch begrenzt war. Eigentlich war da ja gar kein Parkplatz auf der Seite. Da war eigentlich gleich das nächste Gebäude dran. Aber in der Spiele-App waren hier halt auch Fenster. Naja, das ist immer so ein kleiner Streit, wie man sich das halt machen kann. Bleibt halt immer alles offen. Ihr dürft nicht vergessen, ist halt eine Zeichentrickserie. Ja, das war dann auch das Fitnessstudio. Ich hoffe, dir hat die kleine Tuch gefallen. Jetzt kannst du es dir natürlich auch gemütlich einrichten und dann hier auch schon schön pumpen. Denn irgendwann kriegst du auch so ein Waschbett drauf, wie ich hier. Auch wenn es mehr wie ein Brett ist halt, oder... Ja, jedenfalls, unser Fitnessstudio steht jetzt auch schön eingerichtet hier. Mal gucken, was denn als nächstes kommt. Aber wie gesagt, das gibt es dann erst wieder alles im Neujahr. Ja, da mache ich mir erst Gedanken. Denn jetzt zum Ende des Jahres bastle ich mir meine Ecke ein. Tüftel so ein bisschen halt in Minecraft rum. Vielleicht mehr Filmprojekte oder sowas. Nicht unbedingt jetzt hier gebäudemäßig. Da mache ich mir den Kopf erst im neuen Jahr. Naja, ansonsten sind wir ja fertig mit unserem Fitnessstudio. Und dann kann man sich auch gemütlich vorhin stellen. Wenn wir uns natürlich nicht mehr hören sollten vor Weihnachten, wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten. Na, aber ich denke mal, es kommt bestimmt noch so ein kleines Special. Muss ich mal gucken. Habe ja noch vier Tage Zeit, mir da was zu überlegen. Ja, so sieht das halt aus. Gut, ich stelle mich hin. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.